Was für leide, Alter, freu dich doch. War wenn du das machst, ne? Alter, Hammerleul. Du weißt noch, als wir bei dir die Straße langgegangen sind und dann einfach das Geräusch des Windes gemacht hast. Ja. Ohne Scheiß. Alter. Alter, das ist auch herbe. Das hab ich immer gemacht, als wir Walking Dead geguckt haben und diese Zombies halt gehandelt haben. Zweite Staffel, letzte Folge mit diesen obervielen Zombies. Ich bin die Gäste, die überhörst du, der so steht und diese abknallt mit seiner Fliege. Ja. Willst du dir den holen? Wie sehr willst du es? Wie sehr brauchst du es? Nicht so sehr. Oh, Entschuldigung. Hast du schon mal jemanden gegankt? Wenn du mir erklärst, was es ist, kann ich dir vielleicht so antworten. Bist du schon mal in eine andere Lane reingelaufen, wo gerade ein Typ Schwierigkeiten hatte? Ja. Hast du den Typen da gekillt? Mhm. Okay, cool. Sonst hätten wir das jetzt gemacht. Überall, wo ich bin, ist einfach 1000 verderben. 1000 Gegner? Nein, 1000 verderben. Olaf. Oh. Ah, ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen. Ja, ich hätte dir Achill gegeben, mit allem im grünen Bereich. Erläu, was ist denn das Wort? Ich würde sagen, ich gehe zurück. Ja, würde ich auch sagen. Nein, nein, nein. Ciao, ciao, ciao. Oh, ich verlinke. Oh, ich verlinke. Oh, ich will den killen. Ja. Killst die vom Feinsten. Oh, der ist auch noch draufgegangen. Ohne Scheiß. Alter, bin ich ein Assi. Alter. Boah, ich bin jetzt schon ein bisschen traurig eigentlich, aber ich fahre ja sogar zu herber. Der Typ ist dem halt hinterhergelaufen, so richtig krass halt, und wollte den unbedingt, der ist halt hier extra hingelaufen für den Typen, hat er erstmal mich gerettet damit. dann hat er den halt, ja, krass gehandelt und so, blablabla. Ah, dann ist er dem hinterhergelaufen, wollte den unbedingt, und dann habe ich den einfach auch abgeschossen halt. Will die jetzt hart ficken. Los, her, komm, 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 komm. Hast du den gesehen? Oh, den, genau, den. Oh, ich sterbe. Ich sterbe. Oh, Alter, da habe ich noch meine Tranktaste gefunden. Ah, shit. Bitter. Ja, PC leckt. Ich habe keinen Plan, wo ich bin, weil ich keinen festgestellten Bildschirm habe, und dann wird Kacke. Ich habe auch keinen festgestellten Bildschirm. Ich spiele auch nicht damit. Nee, ich bin auch Kacke. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der Typ das machen konnte, der letztens bei dir gezockt hat. Ja, fand ich auch voll gewinnig. Ich finde das voll komisch, weil ich klick ganze Zeit überall hin und her, also mein Champion bewegt sich halt praktisch dauerhaft. Also meistens, wenn ich darauf achte, gerade, so weil Champion Bewegungen hat. Und dann bewegt sich halt ganze Zeit das Bild. Boah, wäre ich voll paranoid bei. Ich gehe in die Mitte. Okay. Willst du mich ab und der kämpft? Hä? Ja, oder Fisch. Ja, das Fisch. Der ist übel krass, ohne Witz. Der kann dann so auf die Nerven gehen. Kennst du seine Ulti? Nee. Alter, das ist einfach so ein Hai oder so, der von unten aus dem Boden rauskommt und so riesengroß ist. Oh, ich will den Hammer gerne mal sehen. Luchs schon wieder. Boom. Boom. Transformers. Boom. 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 die oder ich bin tot der licht nicht egal ich habe noch eingekehlt beim planen sich das überlebt hat erzählen das ist es regnet es ist es regnet lol deine kills und devs kann man mit meinen devs und kills vertauschen ja lass mich, du spielst doch viel länger als ich nein, ich spiel eigentlich voll unregelmäßig bloß jetzt in letzter zeit so, weil ihr jetzt auf einmal zockt ja, aber ich war direkt voll Katte und du halt nicht so also im vergleich zu Mark bin ich nicht ganz so kacke also der ist der King so krass und ich bin halt mehr so nasser Lappen ahhh ich muss ganz ganz schnell weg Bist du frustriert? ja, ich bin frustriert hätte viel mehr Kiss gehabt Zz z z z z z z spürst du den Bass? Überall alle Kinder natürlich Entschuldigung, das geht mir nicht. Aha. So ist das. Hat Marc geschrieben? Keine Warte. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's ehrlich gesagt nicht. Nee, Jasmin. Tschöli. Bitte lass es Spanisch sein. Es ist Spanisch. Jasmin, bester Mann, ohne Witz. Alter, mir gusta el idioma, dir gusta el chico, da gusta el tango, no gusta la chica, os gusta la lingua, les gusta el libro. Okay. Natürlich. Ich will, ich will ein Game zeigen, wo ich besser bin. Minesweeper. Nee, da bin ich auch schon so. Kumpel von mir zeigt das immer im Unterricht, ich weiß gar nicht warum. Der Minesweeper. Ohne Scheiß. Der Minesweeper ist voll das Hyo-Game. Ich weiß gar nicht. Du weißt, was ich meine. Fortune. Finish game, please. Oh no, don't finish game, please. Au, 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 au. Au, 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 au. Pfff, hast du einen Fisch gesehen? Mhm. Wow. Das war cool. Fällt mir Hammer. Du verarscht mich grad, oder? Nein, ich hab wirklich gewing, gefällt mir Hammer. Ich schwöre sogar. Ich will den Turm. Ich will den Turm. Oh, ach, lol. Nein, 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 lol. Du bist jetzt alleine mit Nidalee. Okay. Ey, der, der... Darth Mortal schreibt, not finish game, please... Paragraph. Warum? Paragraph, 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 keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er sich noch ein bisschen leveln will und so ein bisschen übertriebener werden will. Ich bin gleich tot. Ja. Hast du gesehen? Ja. Alter. Er war sozial. Mit gleich hatte das nichts mehr zu tun, Alter. Das war praktisch instant. Ja, stimmt. Also reicht. Also reicht, ne? Weißt du selbst. Mal komm, in 10 Minuten. Ich hatte mal angefangen, aufzuräumen. Ne, lass mal. Zumindest zu liften, alter Kacke. Räumst du jetzt auf? Radio, ja. So, like... Fuck this game. Ich war halt tot. Und jetzt renne ich dahin. Ja, hast ja lange aufgeräumt, muss man sagen. Also... Ich muss ja nicht viel aufräumen. Ich muss ja nur mein Bett machen. Und vielleicht ein bisschen die Tür wegräumen oder so. Ich... Guck mal. Wir pünkt dich wieder hier. Also halt mal. Hint fort. Wumm. Dich, 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 dich. Ich will... Nein! Oh, ich wollte noch Luchs haben. Oh, ich wollte noch Luchs haben. Plötzlich ist der Hör hier drin. Hast gerade erst die Rollos aufgemacht? Ja. Alter. Loll. Du schreibst YOLO und verschreibst, ey. Ich... YOLOLO. Verstanden. Ja. Ja, Bastian und ich... Ne, äh, Yannick und ich haben auch YOLO sowohl. Soll ich jetzt runter gehen oder nicht? Nein. Was up? Ja. Ja. Missing me got a Skype. Kehr mit. Miss Bud. Wappetat. YOLOLO. 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 Don't wake me up. Don't wake me up. Weißt du Bescheid? Ja. Ja. Sei mal im Start, bitte. Sie in Rotpult. Ja. 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 Chuch. Ja. 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 Boah, wenn er noch einmal hier lang kommt, dann ist er sowas unfertig. Was? Das war absolut meins, Alter. Nein. Ja, na sicher. Nein. Ja, heil mal einfach so, die wir sollen. Du hast keine Getränke gekauft. Ne, kein Money, deshalb dachte ich nichts essen, aber wenn ich gleich ja die Tränke habe, ist ziemlich so tragisch. Ja, du hast ja dieses behinderte Schwert.